So Jungs, wir spielen wieder Five Nights at Freddy´s und wir gehen direkt in Nacht 2 rein. Ich habe eine kleine Taktik gesehen, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich weiß, wie mein Freddy sie an der Stelle hält. Also einfach auf die Cam 4B sein. War es 4B? Oder war es 4A? 4B, 4B. Und Foxy muss man nicht auf seinen Cam sein, sondern muss einfach nur in der Kamera sein. Das ist alles einfacher und ich lass mal vorhin gleich durchreden wieder. Was passiert? Ich will das jetzt weg. Wann ist schon weg? Interessant, dass Freddy sich selbst nicht auf der Kamera kommt sehr oft. Ich will den gerade durchreden, also ich gehe schon wieder rein. Was ist das mal an? Äh? Oh ja, das ist normal, ok. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. Oh, der ist direkt hier. Ich will mich gar nicht wohl hier. Mit Bonn an meiner Seite direkt, aber wir haben schon 1-0. Mein Maus hat gerade rumgepackt, was war da los? Bei uns an meiner Tür. Ja. Ja. Ich will die ziemlich öffnen, ich wills gar nicht riskieren erst. Ich will die Schritte erst weg. Wo ist der? Oh mein Gott, der, meine Maus. Ich hab die schneller gestellt seit der letzten, oder? War das schon in der letzten Folge? So, ich weiß gar nicht mehr. Die ist zu schnell mittlerweile. Ok, es geht. Äh, Foxy ist auch noch alles gut. Ich hab 66 Prozent, ich muss sparen erst mal. Ich muss den Spaß am Hause machen. Ich kam gerade aus dem Gym. Ich muss noch duschen, duschen, duschen. Bonni steht da, ok, und der ist noch alle dort. Bonni ist mir viel zu nah auf mein Geschmack. Vielleicht hab ich irgendwas gesehen, aber er hat schwemgebeinert. Oh mein Gott. Er ist immer da. Was ist gerade? Er legt sich. Ich stehe direkt an meiner Tür hier gefüllt. Gar keine Risiken eingehen. Oh. Gehst du da oben? Ich schicke das auch noch dort. Gefällt mir alles sehr, sehr gut hier. 3 Uhr 46 Prozent. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber was soll man machen? Und wir haben halt 23 bis 27. Ich muss es schaffen, halt von 33 Minuten bis hier noch zu schneiden und hochzuladen damit. Vielleicht hast du das wieder rankert. Auf alle Fälle. Oh, Foxy ist fast draußen. Scheiße. Ich muss gleich Camero stone. Ah. Ich muss gleich Camero stone. Schicke mache ich einfach in der nächsten Folge. Und die hat sich auch bewegt. Mein Schicke mache ich einfach in der nächsten Folge, glaube ich. zwei. Und da ist Schicke. Zwei in der Stunde einer Nacht. Zwei in der Stunde einer Nacht. Zwei in der 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 Nacht. Es wird knapp. Vielleicht auch unmöglich. Schatze einfach zu wegen Foxy. Der ist ja so schnell rauskommen. Das ist ja so. Obwohl wir gleich so ein Bang 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 kommt der Gart ist, ich glaube das war's. Ich glaube die Folge wird wirklich nix. Mal ganz kurz den hier. Check was da. Foxy ist weg. Prüm aus Toll Helf Prozent, das war's Chica macht dich ab Ich will keine zweite Nacht wegen Strom Management Ich mach gar nichts mehr Ich bleibe jetzt so wie die ganze Zeit Verpiss dich 7% Und der wurde wieder rauskommen Ah, das war's Könnt ich rein theoretisch aufmachen Das war's Jungs Erster Jumpscare Ich will es nicht geben Welche Zeit geht Jumpscare? Weil Chica steht ja an meiner Tür Oder Oder wie hieß das? Ich geh mal weit weg von meinem Bildschirm Ich hasse Jumpscapes Ich weiß Full Ampion 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 Freddy 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 Er ist ein Bastard Er ist an vielleicht 20 Sekunden, die mir gefehlt haben Ja, Jungs, die nächste Folge macht mir zwei Nächte Hab ich gar keinen Bock drauf Weil ich muss es wieder schnell rausbekommen Digger, Freddy macht einfach den schamlos Ekelhaften, Mann Freddy, Mann Freddy, keine Show Komm schon mal wieder hin Okay, ich würde sagen, dass das bei der zweiten Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der Zeit nach zwei und drei Hoffentlich, wenn alles gut läuft Und dann sehen wir uns zwei Nächste Mal Ciao